Frau Heckel, Sie haben gerade eine Präsentation gehalten hier auf dem Deutschen Marketing Tag. Was war Ihre Kernbotschaft heute? Im Grunde, dass die digitale Disruption Verlage schon sehr früh betroffen hat bei uns im Grunde seit zehn Jahren. Und meine Botschaft ist, wir haben viel Zeit gehabt, uns zu verändern. Wir haben viel Zeit gehabt, darauf zu antworten. Und wir haben heute, glaube ich, hervorragende Antworten gefunden für unser Haus, aber vor allen Dingen im Sinne unserer Kunden, sodass du heute in unserem Haus im Grunde mediale Antworten bekommst auf deine Marketingfragen mit klassischer Werbung, mit digitaler Werbung, mit Performance-Werbung, mit Word-of-Mouth-Marketing, mit Content Communication und Corporate Publishing. Im Grunde alles unter einem Dach. Das hat uns, ehrlich gesagt, viel Kraft gekostet über die letzten Jahre. Und gleichzeitig macht es verdammt viel Spaß, aus einem ganz klassischen Magazinhaus zu machen, ein Haus der Inhalte mit einem dollen Printgeschäft, das für Kreativität steht, Innovationsgeist und Schmackes und gleichzeitig einem digitalen Aufbruch.